Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TagTown! Oh yeah, mit dem Films. Ja, ja. Ich krieg Angst. Ja, solltest du auch. Wenn du wüsstest, was ich grad tue. So, 128 electronic circuit. Let's do it. Was ist denn noch alles eigentlich? 8 Stacks Iron, genau. Was ist denn Iron? Iron haben wir fast nicht, meine. Was? Wir haben nur 1000. Jetzt haben wir noch 846. Ich requeste ziemlich viel gerade. Was machst du denn damit? Ja, ich baue deine Solar Penals und sowas. Ja, ja. Gäste nochmal dieser komische Tisch. Welcher? Wo man sich die Zauberstäbe machen kann. Die Zauberstäbe kannst du dir auch so machen. Oh good, slap. Ach, ich hab nicht mal Wood, oder? Du meinst die Verzauberungstische. Kommst du mal runter, ich will dir mal zeigen, wo ich die hinstellen will. Du kannst ja durch die Tür gehen. Oh good. Wenn, dann möchte ich meinen Puzzle nicht bei mir stehen haben. Nein, aber das wäre ganz cool, weil wir hier so eine Area einrichten könnten. Weißt du, mit Provider System und Bücherregal und Verzauberungstisch und hast du nicht gesehen. Das wäre eigentlich ganz cool. Trotzdem hätte ich keinen Bock die ganze Zeit dahin zu fliegen. Brauchst du ja nicht. Du kannst ja einfach durch die Tür gehen. Durch die Warp Door. Baue ich dir. Ja. Mach ich. Ich hätte sogar Bock das jetzt dann gleich zu machen. Nachdem ich die Solar Penals fertig habe. Mit so ein bisschen mystischer Beleuchtung und so. Mit was musste man dann nochmal draufklicken? Du brauchst ein Scribing Tool noch. Ja. 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 Okay. Ähm. Was brauch ich denn noch? Oh. Hier ein bisschen Copper Cable. Kommt das Copper Cable oder kommt das nicht? Es kommt. Federn? 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 Wer mag Federn? Magst du Federn? Sooo. Was sind Federn? Federn sind Federn. Federn die Federn? Die Federn Federn. Achso. Das erklärt warum die Federn Federn. So ist das. Drei Stacks Kohle. Wir sind so verschwenderisch. Junge. Du. Stimmt. Aber es muss ja sein. Haben wir Papier? Willst du ein MFO Solar Array oder 8 Low Voltage? Ist mir egal. Ist mir sowas von egal. Toll. Ich hab das Refundarium gedingst. Na ja toll. Ganz toll. Na was einfach so nochmal. Wozu haben wir denn hier einen Ofen? So. Bitte. Die Kohle schmilzt da durch. Das brauchen wir auch noch. Klaaaaaas. Okay. Dann müssen wir das so machen und einstexern. Aber sonst geht's dir gut. Warum? Du klickst wie so ein Bekloppter da rum. Äh. Wie löst man diese komischen Dinger nochmal ein? Diese Schriften. Die. Lomentum zum Beispiel. I have no idea. Ach ich brauch erstmal so ein komisches Buch. Wo heißt das denn? Du brauchst das Zaumonomikon glaub ich. Genau. Da klickst du mit nem Zauberstab auf Bücherregal. Mehr als genug Leder haben wir ja. Ach wir haben nicht mal diese Shards. Die Shards. Die Shards baue ich ja gerade ab. Ach so. Da bin ich ja momentan dabei. Aber die Query muss halt erstmal fertig werden. Das heißt das wird wahrscheinlich erst in der nächsten Aufnahme was. Das sind die Generatoren. Die Generatoren. Die Generatoren. Die Generatoren. Ist hier. Oh dieser Scheiß Rotary Mesorator ist zu langsam. Ich geh mal eben hoch und machen was anderes. Das muss ich noch hier rein tun. Vielleicht ist das denn jetzt eigentlich vom Strom her. Naja es ist eng. Aber es lädt sich auf jeden Fall auf. Wieso kommt das Silverohr da nicht rein? Damn. Soll ich das Goldohr rausnehmen oder? Damn. Okay. Ich muss ein bisschen Goldohr haben. Aber wir haben gar kein Goldohr mehr. Glaub ich. Hm. Dann muss ich welches aus Julian Meta herstellen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier eine Craftingbox. Ja hat er. Zwei Goldohr. Muss ja auch mal eine richtige Treppe nach oben bauen oder sowas. Das wär schon mal wichtig. Aha. Ich finde sein Haus richtig hässlich. War es seins? Ja. Me too. Aber da müssen wir was verändern dran irgendwie. Ja bin ich auch für. Wir müssen es der Landschaft anpassen. Ah er wills ja nicht. Ich hab seinen Weg unten jetzt schon abgebaut. Das müssen wir mit Gewalt durchsetzen. Ja ich schreibe mir eine Petition. Was ist das da für ein Teil auf der Landschaft? Was für ein Teil? Zeig mal. Woja. Man regnet es eigentlich. Keine Ahnung. Das hier. Das hier. Ja ich weiß. Das hat er gebaut. Das müssen wir auch noch abbauen. Aber das ist Reinforce Stone. Das heißt, da hauen wir eine ganze Weile dran rum. Warum hat er es getan? Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, er benutzt es als Zielscheibe. Ich benutze ihn vielleicht auch als Zielscheibe. Der wohnt nur ein paar Kilometer von mir weg. Da klingel ich gleich noch. Da glaub mal dran. Ich komm vorbei und mach mit. Wir machen ihn. Weiß ich nicht. Genau das. Oh. Aber gut, dass wir das jetzt mal abbauen gerade. Weil jetzt ist hier grad Zeit. Dein Powertool ist schneller als mein Mining Girl. Ja ich hab dir gesagt. Ich mach dir demnächst noch dein Powertool. Achso. Okay. Dann muss ich vielleicht auch erstmal dran kommen. Weil ich hab da so viel zu tun. Ebennächst muss ich auch noch zaubern. Stell dir das vor. Dann muss man Zauberstäbe herstellen. Für die ganze Bevölkerung hier. Nein, muss man nicht. Ich mach meine selber. Hast du übrigens die... Also wenn, dann mach ich's selber. Haha, wenn, dann mach ich's mir selbst. Cool, cool. Was hab ich? Hast du die neue Kiste schon gesehen mit dem neuen Haus? Die neue Black Coaches? Ja, das hab ich im Let's Play schon gesehen. Achso, okay. Ja, hab ich jetzt in Reef for Stone eingekleidet. Weil wegen Sicherheit und so. Du fällst gleich. Okay, jetzt noch ein bisschen... Nein, warte. Oh, geil. Das baue ich jetzt mitten in sein Haus. Ja, bewerf mich damit. Äh, warte. Hier baue ich grad noch mal zu. Hast du noch ein bisschen Erde? Hm, nö. Nicht dabei. Okay. Na, ist egal. Äh, hier bauen wir... Wir haben uns entschieden, wir bauen hier so einen Filler hin. Und der Filler, der baut hier von oben bis unten, also von Wasseroberfläche bis drunter zum Meeresgrund, baut der hier mit Erde zu. Beziehungsweise mit Cobblestone oder was wir halt wollen. Und, ähm, dann haben wir hier eine gerade Fläche und können auch mal einen Keller bauen oder sowas, ohne dass wir gleich absaufen. Das wäre mir ziemlich lieb. Ja. Ja. Klingt logisch. Weiß ich. Ich bin logisch. Ab und zu. Eventuell. Ab und zu. Wir können jetzt auch eine riesige Glasfläche bauen und dann ein Gewächshaus bauen. Wir können jetzt auch schlafen gehen. In-game? Nein. Out-game? Ausrufezeichen? Ja. Ja. Ich hab deine Solarpanels noch fertig. Warte. Und ich will noch Glasscheiben einsetzen. Glasscheiben? Ich setz sie dir mal da hinten hin, ne? Ja. Da, wo sie vorher waren. Hast du noch Glasfaserkabel? Ne, ne? Sehe ich so aus. Sehe ich so aus? Sehe ich so aus, als ob ich Geld dafür hätte? Ich baue sie bald ein System ein. Vielleicht jetzt noch. Ähm. Fuck. Das reicht nicht, oder? Doch. Na ja, gut. Lass mich so verstehen. Ähm. Ich braue Glasfaserkabel. Dazu muss ich hier kurz rein. Ich brauche einen Diamanten. Zwei Silver. Und, äh, Glas. Sechs Stück. Ich habe mir gerade überlegt, äh, wollen wir den ganzen Sand, also den kompletten Sand zu Glas machen? Nein. Ich meine, wir brauchen... Vielleicht brauchen wir irgendwann nochmal Sand. Ja, weiß ich nicht. Dann können wir ihn immer noch aus Cobblestone machen. Vielleicht brauchen wir irgendwann mal Sand. Dann können wir ihn immer noch aus Cobblestone machen. Vielleicht braucht man noch Marshmallows. Marshmallows sind cool. Ich hätte jetzt gerne Marshmallows. Mini Marshmallows. Ja, und hat paar. Auf nem Kakao mit Sahne? Nein. War doch. Das darf ich nicht. Warum? Laktose-Internat. Scheiße. Ja. Du, du weißt ja gar nicht, was dir entgeht. Dir entgeht ein Kakao. Oh mein Gott. Ein Kakao. Ab und zu nehme ich ja ein bisschen Milch, aber... Es gibt Laktose-freie Milch. Ja. Habe ich probiert. Mit Reisstückchen drin. Lecker. Reisstückchen? Ja, von Edeka und sowas. Okay. Da war Reis mit drin. Das war so Reismilch. Vielleicht war es auch Milch-Reis. Nein, das war kein Milch-Reis. Darauf hätte ich geachtet. Ah. Okay. Weißt du eigentlich, wie sich die Map von lauf der Zeit verdingstet hat? Verdingstet? Hier stand mal dein Haus, Alter. Verändert hat. Hier stand mal mein Haus? Ne, weiter hinten. Hier stand mal dein Haus. Ja, so ungefähr. Ja, stimmt. Okay. Wir haben sie auch mega erweitert. Und die sind überall noch Löcher. Ja, und wer war das? Er mit so ner Scheiß-Sgun. Was? Ach, er war das? Die Löcher? Ja. Der Jonge eskaliert so hart. Ich hab das mühsam Tag für Tag eingedingstert und der macht meine Arbeit kaputt. Bei jetzt hast du den Filler, der nimmt dir die Arbeit ab. Was? Den Filler. Der Filler. Ich brauche keinen Filler. Der dann hier alles ausfüllt für dich. Funktioniert das hier jetzt eigentlich? Ja, okay. Es funktioniert. Es ist geladen. 600.000, 600.000. Okay. Oh, haben wir nur noch ein Schwein hier, Alter. Das ist ja richtig diskriminierend. Na, die anderen Schweine sind hier drin. Das hab ich einfach nur da vergessen. Ja, komm. Alter, ich hab schon wieder 43 Level. What the fuck? Uh. Die Kühe muhen im Takt irgendwie so zu der Musik. Irgendwie. Voll geil. Oh. Alter, könntest du mal aufhören, hier Eier zu spawnen? Äh, ist hier Ding jetzt dann? Was? Ach kacke, wie heißt denn das? Was denn? Das, das womit man seinen Inventar sortieren kann. Ja, ist, das nennt sich Inventory Tweaks. Genau. Ja, das ist hier drin. Ähm. Wieso? Läuft denn hier? Äh, okay. Strange. So, okay. E-Cray schickt die Sachen erst zu dem Rind hoch irgendwie. Keine Ahnung warum. Aber ist egal. Was? Weiß nicht. Äh, wie viel Rubber haben wir denn mittlerweile? Kannst du mal nachgucken. Wir haben, oh, fast 1000 schon wieder. Okay. Kann ja auch mal wieder ein Reaktor hochgehen. Pfff. Irgendwann, ja. So zwischendurch mal. 393 Robano. Ja gut. Dann haben wir auch noch ein bisschen. Ich wär mal wieder für ne Nuke zwischendurch. Die Nuke für zwischendurch? Die wird dir gebastelt. Gebastelt. Mach die Scheiße. Danke. Äh. Ich dachte du hast ne Quantum Rissi an. What the fuck? Hör doch, hör doch einfach mal. Hab ich doch auch. Aber hör mal einfach auf damit rumzuspielen, alter. Das nervt langsam. Dann solltest du mal das Rinderleben wieder rumspielt. Ich hab dir gesagt, sieh den Brustpanzer an. Ich hab das dir angeboten ihn zu bauen. Aber nein. Aber nein. Das hat vorher auch ohne. Gegen Monster und so reicht das ja auch ohne. Ja, aber doch nicht gegen mich. Du musst ja damit rechnen, dass ich mal zum Monster werde, ab und zu. Wo bist du eigentlich? Ich hab mal deine Sachen einsammeln. Äh, ich hab grad ein Megalack. Oh, du hast das Game verlassen. Ja. Ich sammel all deine Sachen ein. Ich sammel all deine Sachen ein. Muss ich nachgucken. Das, das, das. Helm. Hier ist dein Helm. Sammel hinauf. Ich hab deine Diamantsäge. Oh. Coole Sache. Hm, 4 Minuten haben wir dann. 16. Ja, aber gut. Wir können eigentlich nach einem Pause machen. Und dein Video musst du auf. Ja, der gehört jetzt dir. Du bist cool. Okay, danke. Damit verwandle ich jetzt. Okay. Hast du deine Bedboxen gesehen da hinten? Äh, Quatsch. Deine Solar Aris. Deine Armee von Solar Aris. Genau. Etwas. Meine Armee. Ach du Scheiße, das sind ja mehr als vorher. Hab ich doch gesagt. Ich verarsch dich ja nicht. Wunderschön. Wunderschön. So, und hier oben auf den Dächern stehen jetzt auch noch mehr. Das heißt, hier wird auch mehr Strom geliefert. Und hier dürfte in der Nacht eigentlich alles gehen. Ich finde, wir sollten mal, ähm, Hangmans Haus zu Ende bauen. Oder abreißen. Das steht als nächstes auf der Agenda, dass wir das fertig bauen. Das steht als nächstes auf dem Plan. Und, aber vorher müssen wir auch noch das Haus vom Rind abreißen. Das macht er ja selber. Hoffentlich. Hab ich gehört. Hast du gehört? Hast du ihn von überzeugt, oder wie? Nein. Aber er wird's tun. Das verspreche ich den Zuschauern, damit die es selber nicht erinnern müssen. Ja, sonst, sonst. Das ist ja schlimmer als dein Haus damals. Haut ihn Fips zusammen. Ja, jetzt geht mein Haus eigentlich, ne? Also mein Haus ist jetzt... Nein, ich meinte damals mit diesen, äh, mit dieser Wand aus und verarbeitetem Holz. Ja, das stimmt. Aber gut, jetzt geht mein Haus eigentlich. Es ist relativ unauffällig. Eigentlich geht's ja auch in meinen Keller. Aber ich denk mal, ich baue mein Haus auch nochmal um. Dass, wenn ich hier, äh, hier auf die Fläche den Filler gestellt habe und hier die ganze, das alles mit Erde und so gefüllt ist, dass ich dann wirklich hier nochmal ein bisschen, ähm, Fläche habe und da mein Haus dann erweitern kann. Du bringst auch. Das kannst du dann auch machen in die Richtung. Ich brauche kein größeres Haus. Doch, ich brauche eins. Größer ist größer, ne? Ja, stimmt. So. Ja. Ähm, Juju-Meter-Produktion kurbeln wir in den nächsten, in den nächsten Aufnahmen nochmal ein bisschen an dann irgendwann. Um wir Zeit zu finden. Und, ja. Äh, das Rind hat sogar eine Juju-Meter-Produktion, aber ich weiß ja nicht, wie die läuft. Das zieht uns auf jeden Fall den ganzen Strom weg. Wie bescheiden wir das? Komm mal aus. Geil. Moment. Wo zieht der denn das Juju-Meter hin? Ah, hier. Okay, hier ist ja noch mehr Juju-Meter, äh, alles klar. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tech Town. Haut's rein, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss, Freunde. Tschüss. Denkt an den neuen Upload-Plan. Nicht fragen, wann Folgen kommen.